Bitte höre diese Meditation nicht, während du Auto fährst oder Maschinen bedienst. Bitte höre sie nur, wenn du ganz beruhigt entspannen kannst. Für die beste Wirkung und den größten Hörgenuss benutze am besten die Kopfhörer. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Einschlafmeditation. Was wir alle in dieser Zeit gebrauchen können, ist positiv zu denken, innere Stärke und eine tiefe Gelassenheit. Um dies für dich zu erreichen, dafür ist diese Meditation da. Was bedeutet Gelassenheit? Es bedeutet, dass du in einem Zustand von geistiger Ruhe bist, die von nichts in der Welt gestört werden kann. Du bist der ungestörte Beobachter dieser Welt und bleibst selbst bei leichtem Gefühl von Angst ruhig und besonnen und beobachtest alles, was sich dort zeigt. Wenn du dich bereits bequem hingelegt hast, dann können wir beginnen. Und du brauchst hier gar nichts zu tun oder zu leisten. Jetzt brauchst du dich einfach nur auszuruhen und meinen Worten ganz entspannt zu folgen. Du kannst deine Augen schließen so schnell, wie du es magst. Und vielleicht fühlst du nun schon dieses angenehme Wohlgefühl, welches wir gleich noch intensiver werden lassen. Versuche nun einmal zu spüren, wie deine Augenlider ganz angenehm schwer werden. Einfach weil du sie nun loslässt, weil du sie entspannst. Und mit der Entspannung deiner Augenlider breitet sich diese auch immer weiter auf deinen ganzen Körper aus. Ich werde gleich von eins bis drei zählen und eine starke Welle der Entspannung geht durch deinen ganzen Körper. Von den Augenlider aus, über die Stirn, durch die Kopffahrt, über den ganzen Kopf, hinein in den Nacken, in die Schultern, bis in die Arme, bis in die Hände, bis in den Oberkörper und hinunter zum Becken, in die Beine, bis in die Füße und bis in die Zehenspitzen. Bei der Zahl drei wird diese Welle der Entspannung durch deinen ganzen Körper gehen und jede einzelne deiner Zellen erfassen. Die Entspannung wird sich für dich spürbar über deinen ganzen Körper ausbreiten. Ich zähle von eins bis drei und bei drei geht diese Welle der Entspannung durch deinen Körper. Eins, zwei und drei. Wie eine Meereswelle, die sich am Strande bricht, so fließt diese Welle der Entspannung nun durch deinen gesamten Körper. Wunderbar. Und nun noch einmal, denn es darf gerne beim zweiten Mal noch intensiver werden. Die Entspannung darf gerne so stark sein, dass bei dir heftige Glücksgefühle entstehen. Und die regelmäßigen Hörer meiner Meditationen wissen, dass es mit zunehmender Übung zu immer tieferen Zuständen der Entspannung kommen kann. Ich zähle wiederum bis drei und bei drei wird die Welle der Entspannung nochmals durch deinen Körper gehen. So wie in dem Moment, wo dir ein wohliger Schauer über den ganzen Körper fährt, wo all deine Bodyhärchen sich aufrichten, weil du gerade ein Lied gehört hast, was dich zutiefst berührte. So lasse nun die Woge der Entspannung loslaufen. Eins, zwei, drei. Immer mehr Entspannung und immer mehr glückliches Gefühl ist in dir wahrnehmbar. Du bist die Wahrnehmung selbst. Du machst das vollkommen perfekt. Die perfekte Zahl für Wiederholungen ist die drei. Also machen wir das ganze Spiel noch einmal und dann wird die dritte Welle der Entspannung durch deinen Körper gehen, alles lösen und alles entspannen und alles, was an mentalem Ballast noch bei dir ist, wird losgelassen und mithin fortgerissen. So dass dein reines Sein in seinem Glück zurückbleibt. Diese Entspannungswelle wird noch viel stärker als die ersten beiden. Du wirst um noch so viel mehr in diese angenehme Trance gleiten, als du es schon bist. Du liegst dann noch ruhiger und noch angenehmer dort und fühlst dich fantastisch. Also eins, zwei, drei, 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 drei und es fließt durch dich hindurch und über dich hinweg, alles gleichzeitig. Und du findest dich wieder in grenzenlosen Frieden, der du in Wahrheit auch bist. Tiefer und tiefer trägt dich diese Welle in deine Entspannung hinein. Deine Atmung ist ganz angenehm, ruhig und gleichmäßig. Dein Atem geht durch die Nase, durch den Hals, in die Lunge und in den Bauch. Du atmest ganz gleichmäßig tief und entspannt in den Bauch. Damit lässt du dich immer mehr von einer wohlig warmen, weichen Decke vollständiger Entspannung und dich immer noch einhüllen. Jeglicher Druck, jegliche Spannung in dir löst sich in eine angenehme Wärme. Wärme und Ruhe bilden sich in deinem ganzen Körper aus. Und so wird der ganze Körper wohlig, warm und schwer und sehr müde, sehr, sehr müde. Alle Gedanken bleiben weit hinter dir zurück, fallen ab von dir wie welkes Laub von einem Baum. Und du gleitest immer weiter und immer tiefer lässt du dich sinken. Ganz allmählich trägt es dich hinein in ein wohliges Gefühl zwischen Wachen und Träumen. Schwere fließt in beide Beine. Schwere fließt in beide Arme. Es ist eine angenehme Schwere. Lass einfach los und lass dich treiben, als wärst du ein Blatt auf einem träge dahinfließenden Strom. Kein Ziel, keine Aufgabe, die du jetzt erfüllen musst. Lass dich treiben und ruhe dich einfach nur aus. Alles wird locker, völlig entkrampft. Und du gleitest immer weiter, immer tiefer in das wohlige Gefühl der schützenden Geborgenheit. Und es fließt und strömt durch den Kopf, fließt und strömt durch die Brust. Fließt und strömt durch den ganzen Körper, bis in die Füße, bis in die Hände, fließen und strömen. In diesem angenehmen Ruhezustand erholt sich jedes Mal dein gesamtes Nervensystem. Jedes Mal schöpfen alle Nerven auf wunderbare Weise neue, frische Kraft und Ruhe. Du wirst jetzt noch ruhiger, noch gelöster und noch entspannter. Du kommst immer tiefer in diese Ruhe. Du löst dich noch mehr von deinem Körper. Dein Muskel ist mehr angespannt. Dein Kopf ist frei und klar. Die Gedanken, sie kommen und gehen, sie berühren dich nicht mehr. Du fühlst dich wohl, sicher und geborgen. Du spürst diese angenehme Ruhe in dir und treibst immer tiefer und tiefer in diesen angenehmen Schlaf. Ganz wohl fühlst du dich in deinem Schlaf. Immer tiefer und immer fester wird dein Schlaf. Schlaf. Schlaf und fühle dich wohl dabei. Schlaf und entspann. Tief und fest ist dein Schlaf. Tief und fest. In dieser absoluten Entspannung fühlst du dich wunderbar. Und jedes Mal, wo du diese Meditation hörst, singst du jedes Mal noch tiefer und fühlst dich jedes Mal noch wohler. Lasse vollkommen los und gebe dich meinen Worten hin, die alle zu deinem Besten gegeben werden. Dein Unterbewusstsein ist nun weit geöffnet und alles kann nun ganz leicht dort hinein gelangen, was für dich in deinem Leben einen großen Vorteil bringt. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, in einer herrlichen Landschaft unterwegs zu sein. In einer sehr ländlichen Landschaft mit vielen Bäumen und einem leicht wolkigen Himmel mit Wind. Und du wanderst durch ein Gebiet, wo der Wald immer dichter wird. Man könnte sagen, es ist etwas herausfordernd für dich. Aber überraschenderweise gelangst du an einen See. Dieser Waldsee ist komplett umgeben von am Ufer stehenden Bäumen. Die Oberfläche des Sees ist aufgewühlt durch den starken Wind und du bewegst dich weiter an der Seite des Sees, bis du auf eine kleine Lichtung triffst. Von hier aus ist eine kleine Furche, die dich auf den See blicken lässt. Und dieser Platz ist für dich so einladend und so schützend, dass du beschließt, dich hier wie der Buddha hinzusetzen und zu meditieren. Während du dort mit deiner Sicht auf den See sitzt, spürst du, wie dein Geist immer ruhiger wird. Und umso ruhiger es in dir wird, desto ruhiger wird auch der Wind außerhalb von dir. Du bist ein wahrer Meister der Meditation und stellst die absolute Gedankenstille in dir her. So friedlich und so ruhig ist es in dir, dass du dich in einem Zustand perfekten Glücks befindest. Und der Wind wird ganz still, genau so still, wie es in dir nun ist. Und alle Wolken lösen sich immer weiter auf und die Sonne blinzelt dir zu. Der Himmel ist nun genau so klar, wie es auch die Klarheit in deinem Geiste ist. Und du schaust zu, wie die Wellen des Sees sich beruhigen. Und das Gefühl in dir gleicht dem Zustand der Oberfläche des Sees. Du bist im tiefsten aller Zustände von Entspannung. Die Wellen des Sees formen sich zu einer spiegelglatten Oberfläche. Kein Lüftchen bewegt sich noch. Und du schaust durch die Oberfläche des Sees in die Tiefe. So wie du nun auch in deinen vollkommen stillen Geist auf dein eigenes Wesen schauen kannst, das du bist. Hochkonzentriert und in vollkommener Stille nimmst du wahr, dass da nur Wahrnehmung von dir ausgeht. Du bist die Wahrnehmung und nimmst diese tiefe innere Stille wahr. Die Tiefe deiner Meditation lässt dich nun alles erkennen. Die Wahrnehmung, die du bist und das, was du wahrnimmst, verschmelzen immer mehr miteinander, desto tiefer du in die Meditation sinkst. Das bedeutet, du bist das Wahrgenommene und die Wahrnehmung. Somit kannst du deutlich bemerken, dass alles, was in deiner Welt existiert, du bist. Und ich bitte dich, dir dies noch einmal zu vergegenwärtigen. Du bist das wahrnehmende Prinzip und das Wahrgenommene. Und wenn wir an dieser Stelle weiterdenken, dann kann man sich mit dieser völlig ungeteilten Existenz sehr gut vorstellen, dass alles miteinander verwoben ist. Und somit ist die ruhige Oberfläche dieses Sees hier symbolisch ein Ausdruck deines Inneren. Und so kannst du davon ausgehen, dass alles, was sich dir in deiner äußeren Welt zeigt, deinem inneren Zustand entspricht. Wenn du das annehmen kannst, dann weißt du, was du tun kannst, um tiefste Gelassenheit zu haben. Denn wenn du innerlich im tiefen Gleichmut bist und wenn du anderen Menschen gegenüber mit Sanftmut begegnest, dann werden die Verflechtungen sich nur sehr wenig rühren und dein Leben wird gekennzeichnet sein mit tiefer Ruhe und innerer Einkehr. Deine Außenwelt zeigt sich dir ebenso ruhig, wie du es in deinen mentalen Regungen bist. Sei innerlich reich, liebevoll und glücklich und diese Eigenschaften werden sich in deiner Außenwelt spiegeln. Jetzt weißt du, warum dies eine goldene Regel ist. Sei das, was du in deiner Außenwelt sehen willst. Und lasse uns nun eine neue Situation anschauen. Vielleicht kannst du meiner Vorstellung folgen, dich als eine Feder hoch oben am Himmel zu befinden. Eine Feder, die einfach nur dort oben schwebt und der Luftströmung folgt. Und du sinkst langsam wieder der Erde entgegen. Und mit diesem Sinken fühlst du dich immer wohler und wohler. Da du mit der Luft strömst, bist du in der friedlichsten aller Situationen, die man sich nur vorstellen kann. Du bist der Situation vollkommen hingegeben und dennoch vollkommen unberührt von hier. Vollkommen frei bist du am Schweben immer tiefer und tiefer in den angenehmeren Zustand hinein. Du schaust dir dabei zu, wie du so entspannt dahin singst. Und mit jedem Stück, was du hinunter singst, kannst du meiner Stimme immer besser folgen. Und umso besser du meiner Stimme folgen kannst, desto tiefer singst du in diese absolute Entspannung hinein. Und du kannst wiederum noch mehr diese Entspannung spüren, die sich in dir ausbreitet. Dein Unterbewusstsein nimmt alles ganz genau auf, während dein Wachbewusstsein nun ganz angenehm am Ruhen ist. Ich zähle nun von 10 bis 0 und mit jeder Zahl wirst du ruhiger und stärker. 10. Du kannst deine Gelassenheit jederzeit in dir aktivieren. 9. Du fühlst dich von positiver Kraft durchflutet. 8. Du bist tief, gelassen und ruhig. 7. Du bist der freudvolle Beobachter deines Lebens. 6. All die Herrlichkeit dieser Welt ist für dich in diesem Moment vereint. 5. 5. Negative Geschehnisse perlen an dir ab wie von der Lotusblume. 4. Gelassenheit und Ruhe sind für dich ganz normal. 3. Deine innere Ruhe und Freude kann von der Außenwelt unmöglich gestört werden. 2. Du bist dir stets voll bewusst über all das, was geschieht und bist davon emotional vollkommen unberührt. 1. Es geht dir fantastisch und an jedem Tag noch besser. 0. Durch dein positives Lebensgefühl lädst du die besten Zustände in dein Leben ein. Durch deine innere Freude kommt immer mehr Positives zu dir. 2. Du schwebst weiter als diese Feder, vollkommen frei. 3. Und auch im normalen Leben bist du vollkommen frei. 4. Du kannst am besten leben, wenn du den Dingen und Situationen im Leben nicht anhaftest. 5. Alle Dinge und Situationen in deinem Leben sind nur geliehen. 6. Sie können kommen und gehen und wenn du ihnen neutral gegenüberstehst, dann kannst du sie ohne große Gefühle kommen und gehen sehen. 7. So kommt etwas zu dir, was du schon immer haben wolltest, 7. Dann bleibe froh und in deiner Gelassenheit und klammere dich nicht an dieses Ding. 7. Sei frohen Mutes und wisse, es kann auch wieder verschwinden. 8. Verschwindet es, dann bleibe froh in deiner Gelassenheit und wisse, es kommt wieder etwas zu dir, vielleicht sogar noch etwas viel Besseres. 9. Machen wir jetzt zwei Beispiele. 10. Stelle dir vor, du hast einen Hebel vor dir, mit dem du deine Gelassenheit verstärken kannst. 11. Das ist so ein Hebel, wie ein Pilot in seinem Flugzeug hat. 12. Schiebst du ihn nach vorn, so erhöhst du damit die Fähigkeit, von der Situation emotional unberührt zu sein. 13. Fangen wir an mit Beispiel 1. 14. Wenn du dich jetzt mal erinnerst, vielleicht hast du schon mal etwas verloren, was für dich sehr ärgerlich war. 15. Vielleicht hast du schon mal dein Portemonnaie verloren oder ein Schlüsselbund. 15. Oder nehme etwas an, das du dich jetzt spontan erinnerst. 16. Gehe wieder in diese Situation hinein. 17. Fühle, wie du dich gefühlt hattest. 17. Dieser Ärger oder diese Wut. 17. Fühle es. 18. Und wenn du es nun gut fühlen kannst, dann betätige den Hebel nach vorn. 18. Schiebe den Regler zu der maximalen Gelassenheit jetzt. 19. Und jetzt lässt du dieses Gefühl über den Verlust, den du einmal erfahren hattest, ausblenden. 19. Dir ist klar, dass du die Wahrnehmung bist und die Dinge im Leben kommen und gehen. 20. Lasse das negative Gefühl auslaufen, verblassen, verlöschen, so wie du etwas mit einem Schwamm von der Tafel wischt. 21. Du betrachtest nun den Verlust und fühlst, wie du nur der Beobachter bist. 22. In dir ist das Wissen, dass alles kommt und geht und das umso mehr kommt, desto besser du dich fühlst. 23. All die Dinge spielen sich in einem Traum namens Leben. 24. Du bist unendliches Sein und alles, was je sein wird, wird von dir erfahren. 25. Es darf kommen, was zu mir will und es darf gehen, was von mir weg will. 26. Und ich werde mit all dem im Einklang sein. 27. Das bedeutet nicht, dass du nichts tun darfst, um die Dinge zu bekommen oder zu behalten. 27. Du darfst alles tun, aber dein Gefühl ist nicht mehr davon abhängig. 28. Gehen wir zum Beispiel 2. 29. Du bist in einem Supermarkt und eine Person kommt auf dich zu und beschimpft dich wütend. 29. Vielleicht hast du so etwas schon mal erlebt. 29. Normalerweise könntest du alle möglichen Dinge tun. 30. Wenn du also nun beobachtest, wie diese Person wütend auf dich zukommt und du dich irgendwie unwohl dabei fühlst, 30. Dann schiebe nun den Hebel auf Vollgas zu maximaler Gelassenheit. 31. Und nun wandelt sich die Situation in die, dass du ein Beobachter bist, 31. Du siehst eine wütende Person, du bist die Wahrnehmung dessen. 31. Der Hebel steht auf Vollgas und du bist die Wahrnehmung. 32. Du bleibst innerlich zutiefst ruhig und bewusst und fragst ganz ruhig, was diese Person hat und ob du ihr helfen kannst. 33. Du bist vollbewusst und hast alles in der Hand. 34. Du bist zutiefst gelassen. 35. Lasse dieses schöne Gefühl von Kraft und Stärke und tiefer Gelassenheit noch weiter in dir entstehen. 36. Lasse dich überfließen von einer tiefen Gelassenheit. 37. Dass du wirklich ein tiefglücklicher und gelassener Beobachter bist von all dem, was geschieht. 37. Das Geschehen kann deinen Geist nicht berühren, denn die Welt ist das Ergebnis deines Geistes. 37. Du kannst natürlicherweise immer mehr Freude und Zuversicht in dir zulassen, 38. Weil du fest in deiner inneren Ruhe des Moments verankert bist. 39. Nichts kann dich mehr aus dem Gleichgewicht bringen. 40. Du bist so stark wie dieser Fels in der Brandung, 40. Wodurch du vollbewusst und emotional vollkommen unberührt durch die Welt gehen kannst. 41. Du bist dir im Klaren, dass die besten Dinge zu dir kommen, wenn du einen unbeirrbar positiven Geist hast, 41. Der sich niemals von äußeren Umständen beeinflussen lässt. 42. Du hast erkannt, dass das wahre Glück ist. 43. Du hast erkannt, dass das Glück in deiner mentalen Haltung zu finden ist. 44. Und dass die guten Gefühle in dir dein Leben auf magische Weise immer weiter verbessert. 45. Darum sind Verluste auch keine schlimmen Angelegenheiten. 46. Denn diese werden durch die positive Haltung, in der du dich befindest, automatisch ausgeglichen. 47. Warum solltest du dich über den Verlust von Kleinigkeiten ärgern, wenn du mental auf den Erhalt von Großem entgegensiehst? 48. Alle Zustände in deinem Leben können immer besser werden. 49. Und dennoch bist du im Glück dieses zeitlosen und magischen Momentes verankert. 49. Egal was passiert, du hast eine ultra starke innere Haltung, die von keinem äußeren Ereignis verändert werden kann. 50. Du bist der Fels in der Brandung, der das starke Gefühl von Gelassenheit und Glück in sich trägt. 50. Fühle, wie es dich durchströmt. 50. Und nun stelle dir vor, du stehst dort auf dem Boden, auf der Erde, über dir der Himmel. 51. Du stehst mit deinen Füßen fest auf dem Boden. 52. Lasse nun wie ein Baum in alle Richtungen in die Erde hinein Wurzeln wachsen und lasse nach oben in die Luft in alle Richtungen Äste wachsen. 52. Von deinen Füßen aus gehen tausende und abertausende von Wurzeln bis in das umliegende Erdreich, und zwar so weit du willst. 53. Und als ob du deine Arme hebst, bewegen sich tausende und abertausende von Ästen und Zweigen in die Lüfte. 54. Du erdest deinen Geist und verbindest dich gleichzeitig mit dem Himmel. 55. Wie ein riesengroßes Geflecht von mentaler Stärke breitet sich alles von dir aus bis in die Endlosigkeit. 56. Du fühlst nun diese Ausbreitung deiner mentalen Vorstellung, wie sie deine mentale Macht und Spiritualität im höchsten Maße anreichert. 57. Du fühlst dich gewachsen an Größe und Freude. 58. Du bist mental so stark geworden, dass du mit der ganzen Welt verbunden bist und die Welt sich an dir labt. 58. Du selbst bist die Kraft und die Herrlichkeit, die alle in dir vereint sind. 59. In dir sind Ehre und Stärke. 60. Alle guten Eigenschaften alles Menschen sind nun in dir und die Wasser der manchmal boshaften Welt perlen bei dir ab wie an der Lotusblume. 61. All das speicherst du nun tief in dir ab. 61. Du kannst diese positiven Gedanken und diese Gelassenheit ab heute, ab jetzt, jederzeit abrufen, denn diese Eigenschaften sind jetzt ein Teil von dir geworden. 62. Und du wirst diese grenzenlose Kraft in dir spüren können, immer mehr und immer leichter. 63. Es ist dir nun möglich, auch deine Ansichten loszulassen und die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind. 64. Daher wirst du dich auch nicht mit den Dingen beschäftigen, auf die du keinen Einfluss hast, sondern nur noch mit den Dingen, die du in deinem Leben gestalten und verändern kannst. 64. Dadurch wird automatisch klar, dass du dich an den Dingen erfreust, die du hast und lässt die Dinge in Ruhe, die du nicht hast. 65. Du erkennst ganz genau, dass man nur wenig benötigt, um ein glückliches Leben zu führen 66. Du kannst deine Ansichten und Erwartungen ruhig loslassen, denn damit bist du in dem Zustand der Zufriedenheit. 66. Du weißt, dass Verlust nichts weiter ist als eine Verwandlung 66. Und lässt daher allen Ärger für immer los, denn die Welt wird davon ewig unbeeindruckt bleiben. 67. So wirst du eventuell versuchen, die Dinge des Lebens immer auch aus neuen Perspektiven zu betrachten, weil dies dich einen großen Denker sein lässt. 67. Dabei begibst du dich oft in deine innere Stille, der erneuerst dich damit immer wieder selbst. 68. Du ziehst dich einfach zurück, um dich immer wieder mit deinem Wesen zu verbinden. 69. Du wirst dich weder nach dem Gerede der Leute richten, noch an modische Erscheinungen, 69. Du bist mit deinen Gedanken bei dem, was gerade ist, konzentriert und aufmerksam. 69. Und wenn es für dich mal schwierig wird und du nicht so recht weißt, wie es weitergeht, 70. Dann frage dich doch mal, was dein großes Vorbild tun würde. 70. Oder betrachte es aus der Perspektive von ganz oben, wo du weit entfernt vom Geschehen bist. 71. Und wenn du bisher keine Lösung finden konntest, dann vergegenwärtige dir einmal, dass alle Menschen Probleme haben. 71. Und allein das führt dazu, dass es ein viel geringeres Gewicht bekommt. 71. Und wenn du dann am Abend eines jeden Tages angekommen bist, dann kannst du zurückschauen und einmal feststellen, was du in Zukunft besser machen kannst. 72. Und du wirst dich belobigen in den Dingen, die du gut gemacht hast. 72. Und immer lernst du mehr und mehr, wie du trotz ärgerlicher Situationen in deiner Ruhe bleibst. 73. Und zu guter Letzt wirst du dich sportlich betätigen, denn die Gesundheit deines Körpers und deines Geistes stützen sich gegenseitig. 74. Deine Umwelt wird wahrnehmen, wie sehr du dich zu einem positiven Menschen entwickelt hast. 75. Zu einem positiven Menschen voller Gelassenheit und positiver Freude und voll positiver Energie und Ruhe. 75. Die Menschen umgeben sich gerne mit dir, weil Menschen sich allgemein gerne mit positiven Menschen umgeben. 75. Die Menschen um dich herum nehmen diese positive Energie in dir wahr und freuen sich daran und freuen sich mit dir. 75. Am stärksten aber kannst du selbst wahrnehmen, wie diese positive Kraft und diese Gelassenheit in dir ist. 76. Und mit der Zeit wird es für dich zu einem ganz automatischen Prozess, wo es für dich ganz normal ist, 76. Und du kannst dich von den folgenden Affirmationen in den Schlaf hineintragen, 76. Und du kannst nun wieder vollkommen loslassen. 77. So lasse dich von den folgenden Affirmationen in den Schlaf hineintragen, 77. Während sie immer mehr zu deiner inneren Natur werden. 77. Und du kannst dich von den folgenden Affirmationen in den Schlaf hineintragen, 77. Ich kann meine Gelassenheit jederzeit in mir aktivieren. 78. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. 79. Ich fühle mich von positiver Kraft durchflutet. 79. Ich fühle mich von positiver Kraft durchflutet. 80. Ich erfreue mich an den Dingen, die ich habe, und lasse die Dinge in Ruhe, die ich nicht habe. 80. Ich bin der freudvolle Beobachter meines Lebens. 81. In allem, was ich tun kann, richte ich mich bestmöglich ein. 81. Alles andere nehme ich in aller Ruhe hin. 81. All die Herrlichkeit der Welt ist für mich in diesem Moment vereint. 81. Verlust ist nichts weiter als eine Verwandlung. 81. Negative Geschehnisse perlen an mir ab wie von der Lotusblume. 81. Ich lasse meine Ansichten und Erwartungen los und bin damit in meiner Zufriedenheit. 81. Gelassenheit und Ruhe sind für mich ganz normal. 81. Ich lasse allen Ärger für immer los, denn die Welt bleibt davon unbeeindruckt. 81. Ich lasse meinen Ansichten und Erwartungen los und bin damit in meiner Zufriedenheit. 82. Meine innere Freude kann von der Außenwelt unmöglich gestört werden. 82. Ich lerne alle Dinge auch einmal von der anderen Seite zu betrachten, denn das gibt mir immer eine neue Perspektive. 82. Ich bin stets voll bewusst über all das, was geschieht. 83. Ich bin davon emotional vollkommen unberührt. 83. Ich vergesse nicht, dass man nur wenig benötigt, um ein glückliches Leben zu führen. 84. Es geht mir fantastisch und von Tag zu Tag noch besser. 84. 85. 85. Ich kehre oft ein in meine innere Stille und damit erneuere ich mich selbst. 85. Durch mein positives Lebensgefühl lade ich alle guten Zustände in mein Leben ein. 85. Ich bin mit meinen Gedanken bei dem, was gerade ist. 86. Durch meine innere Freude kommt immer mehr Positives zu mir. 86. Ich gehe nach meinen Überzeugungen und nicht nach dem Gerede der Leute. 87. Das Geflecht deiner Mentalität ist bis in die Unendlichkeit ausgedehnt. 87. Ich halte mich an meine guten Gedanken. 87. Ich bin tief, gelassen und ruhig. 87. Ich frage mich oft, was würde die Person mit mir machen? 87. Ich bin immer positiv und zuversichtlich eingestellt. 87. Ich lasse meine Ansichten los und sehe die Dinge, wie sie wirklich sind. 87. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und stelle fest, wie ich in Zukunft bin. 87. Ich betrachte mich sportlich, denn mein Geist und mein Körper hängen zusammen. 88. Ich vergegenwärtige mir, dass alle Menschen Probleme haben, sodass meine ein viel geringeres Gewicht haben. 89. Ich nehme stets eine Perspektive ein, aus der ich alles von oben heraus betrachte. 89. Ich ziehe mich täglich zurück, um mich meditativ mit meinem inneren Wesen zu verbinden. 89. Ich lerne immer mehr, wie ich trotz einer ärgerlichen Situation in meiner Ruhe bleibe. 90. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und belobige mich für die Dinge, die ich gut gemacht habe. 90. Ich kann meine Gelassenheit jederzeit in mir aktivieren. 90. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, auf die ich glücklich bin. 90. Ich fühle mich von positiver Kraft durchflutet. 91. Ich erfreue mich an den Dingen, die ich habe, und lasse die Dinge in Ruhe, die ich nicht habe. 91. Ich bin der freudvolle Beobachter meines Lebens. 91. In allem, was ich tun kann, richte ich mich bestmöglich ein. 91. Alles andere nehme ich in aller Ruhe hin. 92. All die Herrlichkeit der Welt ist für mich in diesem Moment vereint. 92. Verlust ist nichts weiter als eine Verwandlung. 93. Negative Geschehnisse perlen an mir ab, wie von der Lotusblume. 93. Ich lasse meine Ansichten und Erwartungen los und bin damit in meiner Zufriedenheit. 93. Gelassenheit und Ruhe sind für mich ganz normal. 94. Ich lasse allen Ärger für immer los, denn die Welt bleibt davon unbeeindruckt. 94. Meine innere Freude kann von der Außenwelt unmöglich gestört werden. 95. Ich lerne alle Dinge auch einmal von der anderen Seite zu betrachten, denn das gibt mir immer eine neue Perspektive. 95. Ich bin stets voll bewusst über all das, was geschieht und bin davon emotional vollkommen unberührt. 95. Ich vergesse nicht, dass man nur wenig benötigt, um ein glückliches Leben zu führen. 95. Es geht mir fantastisch und von Tag zu Tag noch besser. 96. Ich kehre oft ein in meine innere Welt. 96. Ich erneure Stille und damit erneure ich mich selbst. 96. Durch mein positives Lebensgefühl lade ich alle guten Zustände in mein Leben ein. 97. Ich bin mit meinen Gedanken bei dem, was gerade ist. 97. Durch meine innere Freude kommt immer mehr Positives zu mir. 97. Ich gehe nach meinen Überzeugungen und nicht nach dem Gerede der Leute. 97. Das Geflecht deiner Mentalität ist bis in die Unendlichkeit ausgedehnt. 97. Ich halte mich an meine guten Gedanken. 97. Ich bin tief, gelassen und ruhig. 98. Ich frage mich oft, was würde die Person, zu der ich aufschaue, tun? 98. Ich bin immer positiv und zuversichtlich eingestellt. 98. Ich lasse meine Ansichten los und sehe die Dinge, wie sie wirklich sind. 99. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und stelle fest, wie ich in Zukunft die Dinge besser mache, die nicht so gut liefen. 99. Ich betätige mich sportlich, denn mein Geist und mein Körper hängen zusammen. 99. Ich vergegenwärtige mir, dass alle Menschen Probleme haben, sodass meine ein viel geringeres Gewicht haben. 99. Ich nehme stets eine Perspektive ein, aus der ich alles von oben heraus betrachte. 99. Ich ziehe mich täglich zurück, um mich meditativ mit meinem inneren Wesen zu verbinden. 99. Ich lerne immer mehr, wie ich trotz einer ärgerlichen Situation in meiner Ruhe bleibe. 99. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und belobige mich für die Dinge, die ich gut gemacht habe. 99. Ich kann meine Gelassenheit jederzeit in mir aktivieren. 99. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. 99. Ich fühle mich von positiver Kraft durchflutet. 99. Ich erfreue mich an den Dingen, die ich habe und lasse die Dinge in Ruhe, die ich nicht habe. 99. Ich bin der freudvolle Beobachter meines Lebens. 99. In allem, was ich tun kann, richte ich mich bestmöglich ein. 99. Alles andere nehme ich in aller Ruhe hin. 99. All die Herrlichkeit der Welt ist für mich in diesem Moment vereint. 99. Verlust ist nichts weiter als eine Verwandlung. 99. Negative Geschehnisse perlen an mir ab, wie von der Lotusblume. 99. Ich lasse meine Ansichten und Erwartungen los und bin damit in meiner Zufriedenheit. 99. Gelassenheit und Ruhe sind für mich ganz normal. 99. Ich lasse allen Ärger für immer los, denn die Welt bleibt davon unbeeindruckt. 99. Meine innere Freude kann von der Außenwelt unmöglich gestört werden. 99. Ich lerne alle Dinge auch einmal von der anderen Seite zu betrachten, denn das gibt mir immer eine neue Perspektive. 99. Ich bin stets voll bewusst über all das, was geschieht und bin davon emotional vollkommen unberührt. 99. Ich vergesse nicht, dass man nur wenig benötigt, um ein glückliches Leben zu führen. 99. Es geht mir fantastisch und von Tag zu Tag noch besser. 99. Ich kehre oft ein in meine innere Stille und damit erneuere ich mich selbst. 99. Durch mein positives Lebensgefühl lade ich alle guten Zustände in mein Leben ein. 99. Ich bin mit meinen Gedanken bei dem, was gerade ist. 99. Durch meine innere Freude 99. Ich gehe immer mehr Positives zu mir. 99. Ich gehe nach meinen Überzeugungen und nicht nach dem Gerede der Leute. 99. Das Geflecht deiner Mentalität ist bis in die Unendlichkeit ausgedehnt. 99. Ich halte mich an meine guten Gedanken. 99. Ich bin tief, gelassen und ruhig. 99. Ich frage mich oft, was würde die Person, zu der ich aufschaue, tun? 99. Ich bin immer positiv und zuversichtlich eingestellt. 99. Ich lasse meine Ansichten los und sehe die Dinge, wie sie wirklich sind. 99. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und stelle fest, wie ich in Zukunft die Dinge besser mache, die nicht so gut liefen. 99. Ich betätige mich sportlich, denn mein Geist und mein Körper hängen zusammen. 99. Ich vergegenwärtige mir, dass alle Menschen Probleme haben, sodass meine ein viel geringeres Gewicht haben. 99. Ich nehme stets eine Perspektive ein, aus der ich alles von oben heraus betrachte. 99. Ich ziehe mich täglich zurück, um mich meditativ mit meinem inneren Wesen zu verbinden. 99. Ich lerne immer mehr, wie ich trotz einer ärgerlichen Situation in meiner Ruhe bleibe. 99. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und belobige mich für die Dinge, die ich gut gemacht habe. 99. Ich kann meine Gelassenheit jederzeit in mir aktivieren. 99. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. 99. Ich fühle mich von positiver Kraft durchflutet. 99. Ich erfreue mich an den Dingen, die ich habe und lasse die Dinge in Ruhe, die ich nicht habe. 100. Ich bin der freudvolle Beobachter meines Lebens. 100. In allem, was ich tun kann, richte ich mich bestmöglich ein. 100. Alles andere nehme ich in aller Ruhe hin. 100. All die Herrlichkeit der Welt ist für mich in diesem Moment vereint. 100. Verlust ist nichts weiter als eine Verwandlung. 100. Negative Geschehnisse perlen an mir ab, wie von der Lotusblume. 100. Ich lasse meine Ansichten und Erwartungen los und bin damit in meiner Zufriedenheit. 100. Gelassenheit und Ruhe sind für mich ganz normal. 100. Ich lasse allen Ärger für immer los, denn die Welt bleibt davon unbeeindruckt. 100. Meine innere Freude kann von der Außenwelt unmöglich gestört werden. 100. Ich lerne alle Dinge auch einmal von der anderen Seite zu betrachten, denn das gibt mir immer eine neue Perspektive. 100. Ich bin stets voll bewusst über all das, was geschieht und bin davon emotional vollkommen unberührt. 100. Ich vergesse nicht, dass man nur wenig benötigt, um ein glückliches Leben zu führen. 100. Es geht mir fantastisch und von Tag zu Tag noch besser. 100. Ich kehre oft ein in meine innere Stille und damit erneuere ich mich selbst. 100. Durch mein positives Lebensgefühl lade ich alle guten Zustände in mein Leben ein. 100. Ich bin mit meinen Gedanken bei dem, was gerade ist. 100. Durch meine innere Freude kommt immer mehr Positives zu mir. 100. Ich gehe nach meinen Überzeugungen und nicht nach dem Gerede der Leute. 100. Das Geflecht deiner Mentalität ist bis in die Unendlichkeit ausgedehnt. 100. Ich halte mich an meine guten Gedanken. 100. Ich bin tief, gelassen und ruhig. 100. Ich frage mich oft, was würde die Person, zu der ich aufschaue, tun? 100. Ich bin immer positiv und zuversichtlich eingestellt. 100. Ich lasse meine Ansichten los und sehe die Dinge, wie sie wirklich sind. 100. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und stelle fest, wie ich in Zukunft die Dinge besser mache, die nicht so gut liefen. 100. Ich betätige mich sportlich, denn mein Geist und mein Körper hängen zusammen. 100. Ich vergegenwärtige mir, dass alle Menschen Probleme haben, sodass meine ein viel geringeres Gewicht haben. 100. Ich nehme stets eine Perspektive ein, aus der ich alles von oben heraus betrachte. 100. Ich ziehe mich täglich zurück, um mich meditativ mit meinem inneren Wesen zu verbinden. 100. Ich lerne immer mehr, wie ich trotz einer ärgerlichen Situation in meiner Ruhe bleibe. 100. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und belobige mich für die Dinge, die ich gut gemacht habe. 100. Ich kann meine Gelassenheit jederzeit in mir aktivieren. 100. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. 100. Ich fühle mich von positiver Kraft durchflutet. 100. Ich erfreue mich an den Dingen, die ich habe und lasse die Dinge in Ruhe, die ich nicht habe. 100. Ich bin der freudvolle Beobachter meines Lebens. 100. In allem, was ich tun kann, richte ich mich bestmöglich ein. 100. Alles andere nehme ich in aller Ruhe hin. 100. All die Herrlichkeit der Welt ist für mich in diesem Moment vereint. 100. Verlust ist nichts weiter als eine Verwandlung. 100. Negative Geschehnisse perlen an mir ab, wie von der Lotusblume. 100. Ich lasse meine Ansichten und Erwartungen los und bin damit in meiner Zufriedenheit. 100. Gelassenheit und Ruhe sind für mich ganz normal. 100. Ich lasse allen Ärger für immer los, denn die Welt bleibt davon unbeeindruckt. 100. Meine innere Freude kann von der Außenwelt unmöglich gestört werden. 100. Ich lerne alle Dinge auch einmal von der anderen Seite zu betrachten, denn das gibt mir immer eine neue Perspektive. 100. Ich bin stets vollbewusst über all das, was geschieht und bin davon emotional vollkommen unberührt. 100. Ich vergesse nicht, dass man nur wenig benötigt, um ein glückliches Leben zu führen. 100. Es geht mir fantastisch und von Tag zu Tag noch besser. 100. Ich kehre oft ein in meine innere Stille und damit erneuere ich mich selbst. 100. Durch mein positives Lebensgefühl lade ich alle guten Zustände in mein Leben ein. 100. Ich bin mit meinen Gedanken bei dem, was gerade ist. 100. Durch meine innere Freude kommt immer mehr Positives zu mir. 100. Ich gehe nach meinen Überzeugungen und nicht nach dem Gerede der Leute. 100. Das Geflecht deiner Mentalität ist bis in die Unendlichkeit ausgedehnt. 100. Ich halte mich an meine guten Gedanken. 100. Ich bin tief, gelassen und ruhig. 100. Ich frage mich oft, was würde die Person, zu der ich aufschaue, tun? 100. Ich bin immer positiv und zuversichtlich eingestellt. 100. Ich lasse meine Ansichten los und sehe die Dinge, wie sie wirklich sind. 100. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und stelle fest, wie ich in Zukunft die Dinge besser mache, die nicht so gut liefen. 100. Ich betätige mich sportlich, denn mein Geist und mein Körper hängen zusammen. 100. Ich vergegenwärtige mir, dass alle Menschen Probleme haben, sodass meine ein viel geringeres Gewicht haben. 100. Ich nehme stets eine Perspektive ein, aus der ich alles von oben heraus betrachte. 100. Ich ziehe mich täglich zurück, um mich meditativ mit meinem inneren Wesen zu verbinden. 100. Ich lerne immer mehr, wie ich trotz einer ärgerlichen Situation in meiner Ruhe bleibe. 100. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und belobige mich für die Dinge, die ich gut gemacht habe. 100. Ich kann meine Gelassenheit jederzeit in mir aktivieren. 100. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. 100. Ich fühle mich von positiver Kraft durchflutet. 100. Ich erfreue mich an den Dingen, die ich habe und lasse die Dinge in Ruhe, die ich nicht habe. 100. Ich bin der freudvolle Beobachter meines Lebens. 100. In allem, was ich tun kann, richte ich mich bestmöglich ein. 100. Alles andere nehme ich in aller Ruhe hin. 100. All die Herrlichkeit der Welt ist für mich in diesem Moment vereint. 100. Verlust ist nichts weiter als eine Verwandlung. 100. Negative Geschehnisse perlen an mir ab, wie von der Lotusblume. 100. Ich lasse meine Ansichten und Erwartungen los und bin damit in meiner Zufriedenheit. 100. Gelassenheit und Ruhe sind für mich ganz normal. 100. Ich lasse allen Ärger für immer los, denn die Welt bleibt davon unbeeindruckt. 100. Meine innere Freude kann von der Außenwelt unmöglich gestört werden. 100. Ich lerne alle Dinge auch einmal von der anderen Seite zu betrachten, denn das gibt mir immer eine neue Perspektive. 100. Ich bin stets voll bewusst über all das, was geschieht und bin davon emotional vollkommen unberührt. 100. Ich vergesse nicht, dass man nur wenig benötigt, um ein glückliches Leben zu führen. 100. Es geht mir fantastisch und von Tag zu Tag noch besser. 100. Ich kehre oft ein in meine innere Stille und damit erneuere ich mich selbst. 100. Durch mein positives Lebensgefühl lade ich alle guten Zustände in mein Leben ein. 100. Ich bin mit meinen Gedanken bei dem, was gerade ist. 100. Durch meine innere Freude kommt immer mehr Positives zu mir. 100. Ich gehe nach meinen Überzeugungen und nicht nach dem Gerede der Leute. 100. Das Geflecht deiner Mentalität ist bis in die Unendlichkeit ausgedehnt. 100. Ich halte mich an meine guten Gedanken. 100. Ich bin tief, gelassen und ruhig. 100. Ich frage mich oft, was würde die Person, zu der ich aufschaue, tun? 100. Ich bin immer positiv und zuversichtlich eingestellt. 100. Ich lasse meine Ansichten los und sehe die Dinge, wie sie wirklich sind. 100. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und stelle fest, wie ich in Zukunft die Dinge besser mache, die nicht so gut liefen. 100. Ich betätige mich sportlich, denn mein Geist und mein Körper hängen zusammen. 100. Ich vergegenwärtige mir, dass alle Menschen Probleme haben, sodass meine ein viel geringeres Gewicht haben. 100. Ich nehme stets eine Perspektive ein, aus der ich alles von oben heraus betrachte. 100. Ich ziehe mich täglich zurück, um mich meditativ mit meinem inneren Wesen zu verbinden. 100. Ich lerne immer mehr, wie ich trotz einer ärgerlichen Situation in meiner Ruhe bleibe. 100. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und belobige mich für die Dinge, die ich gut gemacht habe. 100. Ich kann meine Gelassenheit jederzeit in mir aktivieren. 100. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. 100. Ich fühle mich von positiver Kraft durchflutet. 100. Ich erfreue mich an den Dingen, die ich habe und lasse die Dinge in Ruhe, die ich nicht habe. 100. Ich bin der freudvolle Beobachter meines Lebens. 100. In allem, was ich tun kann, richte ich mich bestmöglich ein. 100. Alles andere nehme ich in aller Ruhe hin. 100. All die Herrlichkeit der Welt ist für mich in diesem Moment vereint. 100. Verlust ist nichts weiter als eine Verwandlung. 100. Negative Geschehnisse perlen an mir ab, wie von der Lotusblume. 100. Ich lasse meine Ansichten und Erwartungen los und bin damit in meiner Zufriedenheit. 100. Gelassenheit und Ruhe sind für mich ganz normal. 100. Ich lasse allen Ärger für immer los, denn die Welt bleibt davon unbeeindruckt. 100. Meine innere Freude kann von der Außenwelt unmöglich gestört werden. 100. Ich lerne alle Dinge auch einmal von der anderen Seite zu betrachten, denn das gibt mir immer eine neue Perspektive. 100. Ich bin stets voll bewusst über all das, was geschieht und bin davon emotional vollkommen unberührt. 100. Ich vergesse nicht, dass man nur wenig benötigt, um ein glückliches Leben zu führen. 100. Es geht mir fantastisch und von Tag zu Tag noch besser. 100. Ich kehre oft ein in meine innere Stille und damit erneuere ich mich selbst. 100. Durch mein positives Lebensgefühl lade ich alle guten Zustände in mein Leben ein. 100. Ich bin mit meinen Gedanken bei dem, was gerade ist. 100. Durch meine innere Freude kommt immer mehr Positives zu mir. 100. Ich gehe nach meinen Überzeugungen und nicht nach dem Gerede der Leute. 100. Das Geflecht deiner Mentalität ist bis in die Unendlichkeit ausgedehnt. 100. Ich halte mich an meine guten Gedanken. 100. Ich bin tief, gelassen und ruhig. 100. Ich frage mich oft, was würde die Person, zu der ich aufschaue, tun? 100. Ich bin immer positiv und zuversichtlich eingestellt. 100. Ich lasse meine Ansichten los und sehe die Dinge, wie sie wirklich sind. 100. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und stelle fest, wie ich in Zukunft die Dinge besser mache, die nicht so gut liefen. 100. Ich betätige mich sportlich, denn mein Geist und mein Körper hängen zusammen. 100. Ich vergegenwärtige mir, dass alle Menschen Probleme haben, sodass meine ein viel geringeres Gewicht haben. 100. Ich nehme stets eine Perspektive ein, aus der ich alles von oben heraus betrachte. 100. Ich ziehe mich täglich zurück, um mich meditativ mit meinem inneren Wesen zu verbinden. 100. Ich lerne immer mehr, wie ich trotz einer ärgerlichen Situation in meiner Ruhe bleibe. 100. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und belobige mich für die Dinge, die ich gut gemacht habe. 100. Ich kann meine Gelassenheit jederzeit in mir aktivieren. 100. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. 100. Ich fühle mich von positiver Kraft durchflutet. 100. Ich erfreue mich an den Dingen, die ich habe und lasse die Dinge in Ruhe, die ich nicht habe. 100. Ich bin der freudvolle Beobachter meines Lebens. 100. In allem, was ich tun kann, richte ich mich bestmöglich ein. 100. Alles andere nehme ich in aller Ruhe hin. 100. All die Herrlichkeit der Welt ist für mich in diesem Moment vereint. 100. Verlust ist nichts weiter als eine Verwandlung. 100. Negative Geschehnisse perlen an mir ab, wie von der Lotusblume. 100. Ich lasse meine Ansichten und Erwartungen los und bin damit in meiner Zufriedenheit. 100. Gelassenheit und Ruhe sind für mich ganz normal. 100. Ich lasse allen Ärger für immer los, denn die Welt bleibt davon unbeeindruckt. 100. Meine innere Freude kann von der Außenwelt unmöglich gestört werden. 100. Ich lerne alle Dinge auch einmal von der anderen Seite zu betrachten, denn das gibt mir immer eine neue Perspektive. 100. Ich bin stets voll bewusst über all das, was geschieht und bin davon emotional vollkommen unberührt. 100. Ich vergesse nicht, dass man nur wenig benötigt, um ein glückliches Leben zu führen. 100. Es geht mir fantastisch und von Tag zu Tag noch besser. 100. Ich kehre oft ein in meine innere Stille und damit erneuere ich mich selbst. 100. Durch mein positives Lebensgefühl lade ich alle guten Zustände in mein Leben ein. 100. Ich bin mit meinen Gedanken bei dem, was gerade ist. 100. Durch meine innere Freude kommt immer mehr Positives zu mir. 100. Ich gehe nach meinen Überzeugungen und nicht nach dem Gerede der Leute. 100. Das Geflecht deiner Mentalität ist bis in die Unendlichkeit ausgedehnt. 100. Ich halte mich an meine guten Gedanken. 100. Ich bin tief, gelassen und ruhig. 100. Ich frage mich oft, was würde die Person, zu der ich aufschaue, tun? 100. Ich bin immer positiv und zuversichtlich eingestellt. 100. Ich lasse meine Ansichten los und sehe die Dinge, wie sie wirklich sind. 100. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und stelle fest, wie ich in Zukunft die Dinge besser mache, die nicht so gut liefen. 100. Ich betätige mich sportlich, denn mein Geist und mein Körper hängen zusammen. 100. Ich vergegenwärtige mir, dass alle Menschen Probleme haben, sodass meine ein viel geringeres Gewicht haben. 100. Ich nehme stets eine Perspektive ein, aus der ich alles von oben heraus betrachte. 100. Ich ziehe mich täglich zurück, um mich meditativ mit meinem inneren Wesen zu verbinden. 100. Ich lerne immer mehr, wie ich trotz einer ärgerlichen Situation in meiner Ruhe bleibe. 100. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und belobige mich für die Dinge, die ich gut gemacht habe. 100. Ich kann meine Gelassenheit jederzeit in mir aktivieren. 100. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. 100. Ich fühle mich von positiver Kraft durchflutet. 100. Ich erfreue mich an den Dingen, die ich habe und lasse die Dinge in Ruhe, die ich nicht habe. 100. Ich bin der freudvolle Beobachter meines Lebens. 100. In allem, was ich tun kann, richte ich mich bestmöglich ein. 100. Alles andere nehme ich in aller Ruhe hin. 100. All die Herrlichkeit der Welt ist für mich in diesem Moment vereint. 100. Verlust ist nichts weiter als eine Verwandlung. 100. Negative Geschehnisse perlen an mir ab, wie von der Lotusblume. 100. Ich lasse meine Ansichten und Erwartungen los und bin damit in meiner Zufriedenheit. 100. Gelassenheit und Ruhe sind für mich ganz normal. 100. Ich lasse allen Ärger für immer los, denn die Welt bleibt davon unbeeindruckt. 100. Meine innere Freude kann von der Außenwelt unmöglich gestört werden. 100. Ich lerne alle Dinge auch einmal von der anderen Seite zu betrachten, denn das gibt mir immer eine neue Perspektive. 100. Ich bin stets voll bewusst über all das, was geschieht und bin davon emotional vollkommen unberührt. 100. Ich vergesse nicht, dass man nur wenig benötigt, um ein glückliches Leben zu führen. 100. Es geht mir fantastisch und von Tag zu Tag noch besser. 100. Ich kehre oft ein in meine innere Stille und damit erneuere ich mich selbst. 100. Durch mein positives Lebensgefühl lade ich alle guten Zustände in mein Leben ein. 100. Ich bin mit meinen Gedanken bei dem, was gerade ist. 100. Durch meine innere Freude kommt immer mehr Positives zu mir. 100. Ich gehe nach meinen Überzeugungen und nicht nach dem Gerede der Leute. 100. Das Geflecht deiner Mentalität ist bis in die Unendlichkeit ausgedehnt. 100. Ich halte mich an meine guten Gedanken. 100. Ich bin tief, gelassen und ruhig. 100. Ich frage mich oft, was würde die Person, zu der ich aufschaue, tun? 100. Ich bin immer positiv und zuversichtlich eingestellt. 100. Ich lasse meine Ansichten los und sehe die Dinge, wie sie wirklich sind. 100. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und stelle fest, wie ich in Zukunft die Dinge besser mache, die nicht so gut liefen. 100. Ich betätige mich sportlich, denn mein Geist und mein Körper hängen zusammen. 100. Ich vergegenwärtige mir, dass alle Menschen Probleme haben, sodass meine ein viel geringeres Gewicht haben. 100. Ich nehme stets eine Perspektive ein, aus der ich alles von oben heraus betrachte. 100. Ich ziehe mich täglich zurück, um mich meditativ mit meinem inneren Wesen zu verbinden. 100. Ich lerne immer mehr, wie ich trotz einer ärgerlichen Situation in meiner Ruhe bleibe. 100. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und belobige mich für die Dinge, die ich gut gemacht habe. 100. Ich kann meine Gelassenheit jederzeit in mir aktivieren. 100. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. 100. Ich fühle mich von positiver Kraft durchflutet. 100. Ich erfreue mich an den Dingen, die ich habe, und lasse die Dinge in Ruhe, die ich nicht habe. 100. Ich bin der freudvolle Beobachter meines Lebens. 100. In allem, was ich tun kann, richte ich mich bestmöglich ein. 100. Alles andere nehme ich in aller Ruhe hin. 100. All die Herrlichkeit der Welt ist für mich in diesem Moment vereint. 100. Verlust ist nichts weiter als eine Verwandlung. 100. Negative Geschehnisse perlen an mir ab, wie von der Lotusblume. 100. Ich lasse meine Ansichten und Erwartungen los und bin damit in meiner Zufriedenheit. 100. Gelassenheit und Ruhe sind für mich ganz normal. 100. Ich lasse allen Ärger für immer los, denn die Welt bleibt davon unbeeindruckt. 100. Meine innere Freude kann von der Außenwelt unmöglich gestört werden. 100. Ich lerne alle Dinge auch einmal von der anderen Seite zu betrachten, denn das gibt mir immer eine neue Perspektive. 100. Ich bin stets voll bewusst über all das, was geschieht und bin davon emotional vollkommen unberührt. 100. Ich vergesse nicht, dass man nur wenig benötigt, um ein glückliches Leben zu führen. 100. Es geht mir fantastisch und von Tag zu Tag noch besser. 100. Ich kehre oft ein in meine innere Stille und damit erneuere ich mich selbst. 100. Durch mein positives Lebensgefühl lade ich alle guten Zustände in mein Leben ein. 100. Ich bin mit meinen Gedanken bei dem, was gerade ist. 100. Durch meine innere Freude kommt immer mehr Positives zu mir. 100. Ich gehe nach meinen Überzeugungen und nicht nach dem Gerede der Leute. 100. Das Geflecht deiner Mentalität ist bis in die Unendlichkeit ausgedehnt. 100. Ich halte mich an meine guten Gedanken. 100. Ich bin tief, gelassen und ruhig. 100. Ich frage mich oft, was würde die Person, zu der ich aufschaue, tun? 100. Ich bin immer positiv und zuversichtlich eingestellt. 100. Ich lasse meine Ansichten los und sehe die Dinge, wie sie wirklich sind. 100. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und stelle fest, wie ich in Zukunft die Dinge besser mache, die nicht so gut liefen. 100. Ich betätige mich sportlich, denn mein Geist und mein Körper hängen zusammen. 100. Ich vergegenwärtige mir, dass alle Menschen Probleme haben, sodass meine ein viel geringeres Gewicht haben. 100. Ich nehme stets eine Perspektive ein, aus der ich alles von oben heraus betrachte. 100. Ich ziehe mich täglich zurück, um mich meditativ mit meinem inneren Wesen zu verbinden. 100. Ich lerne immer mehr, wie ich trotz einer ärgerlichen Situation in meiner Ruhe bleibe. 100. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und belobige mich für die Dinge, die ich gut gemacht habe. 100. Ich kann meine Gelassenheit jederzeit in mir aktivieren. 100. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. 100. Ich fühle mich von positiver Kraft durchflutet. 100. Ich erfreue mich an den Dingen, die ich habe und lasse die Dinge in Ruhe, die ich nicht habe. 100. Ich bin der freudvolle Beobachter meines Lebens. 100. In allem, was ich tun kann, richte ich mich bestmöglich ein. 100. Alles andere nehme ich in aller Ruhe hin. 100. All die Herrlichkeit der Welt ist für mich in diesem Moment vereint. 100. Verlust ist nichts weiter als eine Verwandlung. 100. Negative Geschehnisse perlen an mir ab wie von der Lotusblume. 100. Ich lasse meine Ansichten und Erwartungen los und bin damit in meiner Zufriedenheit. 100. Gelassenheit und Ruhe sind für mich ganz normal. 100. Ich lasse allen Ärger für immer los, denn die Welt bleibt davon unbeeindruckt. 100. Meine innere Freude kann von der Außenwelt unmöglich gestört werden. 100. Ich lerne alle Dinge auch einmal von der anderen Seite zu betrachten, denn das gibt mir immer eine neue Perspektive. 100. Ich bin stets voll bewusst über all das, was geschieht und bin davon emotional vollkommen unberührt. 100. Ich vergesse nicht, dass man nur wenig benötigt, um ein glückliches Leben zu führen. 100. Es geht mir fantastisch und von Tag zu Tag noch besser. 100. Ich kehre oft ein in meine innere Stille und damit erneuere ich mich selbst. 100. Durch mein positives Lebensgefühl lade ich alle guten Zustände in mein Leben ein. 100. Ich bin mit meinen Gedanken bei dem, was gerade ist. 100. Durch meine innere Freude kommt immer mehr Positives zu mir. 100. Ich gehe nach meinen Überzeugungen und nicht nach dem Gerede der Leute. 100. Das Geflecht deiner Mentalität ist bis in die Unendlichkeit ausgedehnt. 100. Ich halte mich an meine guten Gedanken. 100. Ich bin tief, gelassen und ruhig. 100. Ich frage mich oft, was würde die Person, zu der ich aufschaue, tun? 100. Ich bin immer positiv und zuversichtlich eingestellt. 100. Ich lasse meine Ansichten los und sehe die Dinge, wie sie wirklich sind. 100. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und stelle fest, wie ich in Zukunft die Dinge besser mache, die nicht so gut liefen. 100. Ich betätige mich sportlich, denn mein Geist und mein Körper hängen zusammen. 100. Ich vergegenwärtige mir, dass alle Menschen Probleme haben, sodass meine ein viel geringeres Gewicht haben. 100. Ich nehme stets eine Perspektive ein, aus der ich alles von oben heraus betrachte. 100. Ich ziehe mich täglich zurück, um mich meditativ mit meinem inneren Wesen zu verbinden. 100. Ich lerne immer mehr, wie ich trotz einer ärgerlichen Situation in meiner Ruhe bleibe. 100. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und belobige mich für die Dinge, die ich gut gemacht habe. 100. Ich kann meine Gelassenheit jederzeit in mir aktivieren. 100. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. 100. Ich fühle mich von positiver Kraft durchflutet. 100. Ich erfreue mich an den Dingen, die ich habe und lasse die Dinge in Ruhe, die ich nicht habe. 100. Ich bin der freudvolle Beobachter meines Lebens. 100. In allem, was ich tun kann, richte ich mich bestmöglich ein. 100. Alles andere nehme ich in aller Ruhe hin. 100. All die Herrlichkeit der Welt ist für mich in diesem Moment vereint. 100. Verlust ist nichts weiter als eine Verwandlung. 100. Negative Geschehnisse perlen an mir ab, wie von der Lotusblume. 100. Ich lasse meine Ansichten und Erwartungen los und bin damit in meiner Zufriedenheit. 100. Gelassenheit und Ruhe sind für mich ganz normal. 100. Ich lasse allen Ärger für immer los, denn die Welt bleibt davon unbeeindruckt. 100. Meine innere Freude kann von der Außenwelt unmöglich gestört werden. 100. Ich lerne alle Dinge auch einmal von der anderen Seite zu betrachten, denn das gibt mir immer eine neue Perspektive. 100. Ich bin stets voll bewusst über all das, was geschieht und bin davon emotional vollkommen 100. Ich bin unberührt. 100. Ich vergesse nicht, dass man nur wenig benötigt, um ein glückliches Leben zu führen. 100. Es geht mir fantastisch und von Tag zu Tag noch besser. 100. Ich kehre oft ein in meine innere Stille und damit erneuere ich mich selbst. 100. Durch mein positives Lebensgefühl lade ich alle guten Zustände in mein Leben ein. 100. Ich bin mit meinen Gedanken bei dem, was gerade ist. 100. Durch meine innere Freude kommt immer mehr Positives zu mir. 100. Ich gehe nach meinen Überzeugungen und nicht nach dem Gerede der Leute. 100. Das Geflecht deiner Mentalität ist bis in die Unendlichkeit ausgedehnt. 100. Ich halte mich an meine guten Gedanken. 100. Ich bin tief, gelassen und ruhig. 100. Ich frage mich oft, was würde die Person, zu der ich aufschaue, tun? 100. Ich bin immer positiv und zuversichtlich eingestellt. 100. Ich lasse meine Ansichten los und sehe die Dinge, wie sie wirklich sind. 100. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und stelle fest, wie ich in Zukunft die Dinge besser mache, die nicht so gut liefen. 100. Ich betätige mich sportlich, denn mein Geist und mein Körper hängen zusammen. 100. Ich vergegenwärtige mir, dass alle Menschen Probleme haben, sodass meine ein viel geringeres Gewicht haben. 100. Ich nehme stets eine Perspektive ein, aus der ich alles von oben heraus betrachte. 100. Ich ziehe mich täglich zurück, um mich meditativ mit meinem inneren Wesen zu verbinden. 100. Ich lerne immer mehr, wie ich trotz einer ärgerlichen Situation in meiner Ruhe bleibe. 100. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und belobige mich für die Dinge, die ich gut gemacht habe. 100. Ich kann meine Gelassenheit jederzeit in mir aktivieren. 100. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. 100. Ich fühle mich von positiver Kraft durchflutet. 100. Ich erfreue mich an den Dingen, die ich habe und lasse die Dinge in Ruhe, die ich nicht habe. 100. Ich bin der freudvolle Beobachter meines Lebens. 100. In allem, was ich tun kann, richte ich mich bestmöglich ein. 100. Alles andere nehme ich in aller Ruhe hin. 100. All die Herrlichkeit der Welt ist für mich in diesem Moment vereint. 100. Verlust ist nichts weiter als eine Verwandlung. 100. Negative Geschehnisse perlen an mir ab, wie von der Lotusblume. 100. Ich lasse meine Ansichten und Erwartungen los und bin damit in meiner Zufriedenheit. 100. Gelassenheit und Ruhe sind für mich ganz normal. 100. Ich lasse allen Ärger für immer los, denn die Welt bleibt davon unbeeindruckt. 100. Meine innere Freude kann von der Außenwelt unmöglich gestört werden. 100. Ich lerne alle Dinge auch einmal von der anderen Seite zu betrachten, denn das gibt mir immer eine neue Perspektive. 100. Ich bin stets voll bewusst über all das, was geschieht und bin davon emotional vollkommen unberührt. 100. Ich vergesse nicht, dass man nur wenig benötigt, um ein glückliches Leben zu führen. 100. Es geht mir fantastisch und von Tag zu Tag noch besser. 100. Ich kehre oft ein in meine innere Stille und damit erneuere ich mich selbst. 100. Durch mein positives Lebensgefühl lade ich alle guten Zustände in mein Leben ein. 100. Ich bin mit meinen Gedanken bei dem, was gerade ist. 100. Durch meine innere Freude kommt immer mehr Positives zu mir. 100. Ich gehe nach meinen Überzeugungen und nicht nach dem Gerede der Leute. 100. Das Geflecht deiner Mentalität ist bis in die Unendlichkeit ausgedehnt. 100. Ich halte mich an meine guten Gedanken. 100. Ich bin tief, gelassen und ruhig. 100. Ich frage mich oft, was würde die Person, zu der ich aufschaue, tun? 100. Ich bin immer positiv und zuversichtlich eingestellt. 100. Ich lasse meine Ansichten los und sehe die Dinge, wie sie wirklich sind. 100. Ich betrachte jeden Abend den vergangenen Tag und stelle fest, wie ich in Zukunft die Dinge besser mache, die nicht so gut liefen. 100. Ich betätige mich sportlich, denn mein Geist und mein Körper hängen zusammen. 100. Ich vergegenwärtige mir, dass alle Menschen Probleme haben, sodass meine ein viel geringeres Gewicht haben. 100. Ich nehme stets eine Perspektive ein, aus der ich alles von oben heraus betrachte. 100. Ich ziehe mich täglich zurück, um mich agitativ mit meinen Firmen zu verbinden. 100. Ich verstehe mich noch immer durch. 100. Ich werde mich nachvollziehen. 100. Ich werde mich nachvollziehen. 100. Ich möchte mich nachvollziehen. 100. Ich kann euch die Dinge nicht umgeheben. 100. 100. 100. 100. 11. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020